Sagen Sie Cook, interessiert Sie der Nordpol? Ja, ich bin mehr als interessiert. Sind Sie vielleicht auch daran interessiert, ihn zu entdecken? Auf eine obskure Weise ja. Willkommen bei uns an Bord. Mission Nordpol. Noch nie haben Menschen so sehnlichst versucht, ein Ziel zu erreichen, das so weit von ihnen entfernt war. Seit 500 Jahren übt der Nordpol eine magische Anziehungskraft aus. Kälte, Hunger und Tod. Nichts kann diese Männer abhalten. Machen Sie den Männern klar, dass die Befehle immer von mir kommen. Unter diesen Umständen werde ich nicht mitkommen. Wie war Ihnen zumute, als Piri geehrt wurde als der Mann, der näher am Nordpol war als je ein Mensch zuvor? In diesem Moment wurde mir klar, was ich wirklich wollte. Beide Männer haben das gleiche Ziel. Nur noch zwei Tage und wir werden am Pol sein. Es ist Ihnen doch wohl klar, dass Dr. Cook längst überfällig ist. Ja, Sir, das ist mir klar. Langsam wurde es Sommer und das Pack-Eis begann zu schmelzen. Wir liefen Gefahr, mit den Eisscheulen ins offene Meer getrieben zu werden. Niemals in der Geschichte gab es härtere Konkurrenten als Cook und Piri. Söte das? Was sagen Sie, Commander Piri? Sind wir jetzt am Pol oder etwa nicht? Mission Dortpol Ich habe den Pol entdeckt. Ich war's.